Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inseldenker. Der Inseldenker ist heute mal wieder auf der Insel Mainau, denn heute findet dort der dritte Mainauer Nachhaltigkeitsdialog statt und ich habe die Freude und Ehre, mit niemandem Geringeren ein Interview zu führen als mit dem Umweltminister Franz Untersteller. Der Nachhaltigkeitsdialog findet jetzt schon zum dritten Mal hier auf der Insel Mainau statt und es treffen sich Fachleute, Pressevertreter hier aus ganz Baden-Württemberg und natürlich vor allem auch aus der Region und tauschen sich aus über die Möglichkeiten, die wir haben, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Der Minister ist schon unterwegs, um 7.10 Uhr ist er heute losgefahren in Nürtingen und auf diesem Platz soll er also gleich sitzen. Ich hoffe, dass er pünktlich kommt und wir unser Interview führen können. Herzlich willkommen auf der Mainauer, herzlich willkommen Minister Franz Untersteller. Heute der dritte Mainauer Nachhaltigkeitsdialog. Wieso haben Sie die Mainauer ausgewählt für diese Veranstaltung? Es hat mehrere Gründe. Also erstmal, ich meine, es ist natürlich ein wunderschöner Flecken in diesem Land. Blumeninsel, eben vier Länderecke gelegen. Zweitens, die Länderdot-Stiftung ist seit vielen Jahren in ökologischen Fragen engagiert, im Thema Nachhaltigkeit engagiert, hat sehr viele Projekte selbst hier auf der Insel umgesetzt und von daher ist er natürlich auch ein idealer Partner für so ein Projekt. Und dann natürlich noch in so einer schönen Umgebung so eine Tagungsreihe zu machen, macht natürlich dann umso mehr Sinn und macht natürlich auch Spaß. Sie kommen ja aus dem Saarland. Sind Sie da irgendwie als Kind oder Jugendlicher auch mal auf der Mainau gewesen, privat? Vom Saarland aus nicht. Ich bin mit dem 19. Lebensjahr vom Saarland weg nach Baden-Württemberg, habe hier Landschaftsarchitektur studiert, auch ein paar Vorlesungen gegeben und von daher gesehen, seit ich in Baden-Württemberg bin, war ich natürlich regelmäßig hier auf der Mainau gewesen, auch im Zusammenhang mit meinem Studium logischerweise hier auf der Mainau gewesen, aber auch privat immer wieder hier unten. Jetzt haben wir als Thema die Klimaerwärmung. Sie bemühen sich hier im Land darum, die Folgen der Klimaerwärmung zu mildern, währenddessen auf einem anderen Kontinent der Präsident bestreitet, dass es die überhaupt gibt. Also ich sage mal so, auch mit 150 Zeichen auf Twitter lassen sich keine Fakten aus der Welt schaffen. Sie können das zwar versuchen zu ignorieren, aber trotzdem wird die Entwicklung vorangehen. Und die Entwicklung heißt, um mal Zahlen zu nennen, zwischen 1880 und 2010 ist global, das Klima hat sich um 0,85 Grad erwärmt. Bei uns in Baden-Württemberg übrigens mehr, 1,3 Grad. Das hört sich jetzt für jemanden, der nicht täglich mit diesen Themen befasst, ist nicht so arg viel an. Aber um mal eine Zahl zu nennen, die es dann deutlich macht, was es bedeutet. Karlsruhe hat heute die Durchschnittstemperatur von Lyon vor 70 Jahren. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Und wenn Sie dann mal überlegen, nehmen wir mal ein Beispiel, der Jahrhundertzimmer 2003, der hatte im Raum Karlsruhe 53 heiße Tage. Als heiße Tage werden Tage mit mehr als 30 Grad definiert. Die Prognosen gehen dahin, dass Karlsruhe im Jahr 2050 regelmäßig 53 heiße Tage haben wird. Ich habe ja ein bisschen reingeschaut natürlich in das, was Sie im Ministerium eben vorbereitet haben. Und da sieht es dann doch eher düster aus, also für die Landwirtschaft oder auch Schädlinge. Ja, auch Forstwirtschaft. Auch wenn Sie Forstwirtschaft mal überlegen, der Schwarzwald wird auch in Zukunft Bäume haben. Aber er wird, ich schätze mal in 30, 40, 50 Jahren, das ist jedenfalls die Prognose der Fachleute von der LOBW und auch von der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg, er wird anders aussehen. Das heißt, der sogenannte Brotbaum der Schwarzwaldbauer, nämlich die Fichte, wird zurückgedrängt zugunsten von anderen Bäumen. Was sich auch verändern wird, um mal hier zum Beispiel auch zu nehmen, wo Sie dann sicherlich hier natürlich auch auf der Meinung damit zu tun haben werden, wir werden neue Schädlinge bekommen in der Landwirtschaft und auch im Gartenbau. Wir werden mit Niedrigwasser hier am Bodensee zu tun haben. Gleichzeitig werden wir aber auch Jahre haben, wo wir mit Hochwasser zu tun haben werden. Das heißt, letztendlich die Extremwettersituationen, die werden zunehmen, dass sie Hochwasser haben, selbst in Orten, wo es keinen Fluss gibt. Weil es plötzlich von den Hängen runter, riesige Wassermassen runterkommen, so wie das in Braunschweig der Fall war und einen ganzen Ort praktisch völlig zerstört haben. Wir befürchten, dass solche Situationen in Zukunft eher zunehmen. Das ist jedenfalls die Prognose der Fachleute. Apropos Fachleute, heute beim dritten Mainauer Nachhaltigkeitsdialog sind ja Fachleute eingeladen. Das heißt, sie machen Best-Practice-Vorstellungen und solche Dinge. Was merken wir, sage ich jetzt mal, normale Bürger oder Zuschauer, dann am Ende von den Ergebnissen dieser Veranstaltung? Neben Fachleuten, neben vielen Kommunalen, die heute da sind, auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sind auch Journalisten da, was mich freut. Und von daher gibt es erstmal eine Medienberichterstattung über die heutige Tagung. Wir werden aber auch diese Fachbeiträge, die es heute auf der Tagung gibt, auch auf einer eigenen Plattform bei uns auf dem Ministeriumswebsite auch zur Verfügung stellen, sodass jeder die Möglichkeit auch hat, die Präsentationen, die da heute auch gemacht werden, im Rahmen der Tagung dann auch reinzusehen und sich selbst ein Bild davon zu machen, was heißt Klimawandel in Baden-Württemberg, was sind aber auch sozusagen Rezepte, wie man da damit auch umgehen kann. Jetzt habe ich am Schluss nochmal eine private Frage. Ich habe eine Solar-, also eine Photovoltaikanlage seit der Weile. Meistens verbrauche ich es nicht, jetzt bin ich zum Beispiel nicht zu Hause und dann muss ich für 12 Cent das verkaufen und dann abends wieder für, wenn die Sonne aus ist, für 24 zurückkaufen. Ist das eigentlich gerecht? Es ist erstmal gerecht. Also damit habe ich kein Problem. Ich gehöre auch zu denjenigen, die in der Situation sind. Ich habe zwei Photovoltaikanlagen auf meinem privaten Dach, eine ältere, wo ich jede Kilowattstunde einspeise, weil ich eine höhere Vergütung bekomme als der Strompreis, den ich zahle. Nämlich bekomme ich dafür noch 99 Pfennig. Also sprich, die Anlage ist aus dem Jahr 2000. Waren Sie einer der Vorrechte. Und die zweite Anlage, die ist aus dem Jahre 2013. Das ist eine Anlage, da bekomme ich um die 11, 12 Cent. Das heißt, es ist interessant, möglichst viel selbst zu verbrauchen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die kommenden Jahre mit den weiter sinkenden Kosten von PV-Anlagen, dass Bürgerinnen und Bürger auch verstärkt zu Speichern greifen. Die Speicher werden auch billiger werden. Mir ist eines wichtig. Ich halte nicht so viel persönlich davon, dass man glaubt, ich speichere tagsüber ein und abends mit Beginn der Tagesschau speichere ich aus. Das ist nicht Energiewende. Sondern Energiewende heißt dann auch, dass ich einem Netzbetreiber nach Möglichkeit Zugriff auf den Speicher geben sollte, sodass er ihn auch netzdienlich einsetzen kann im Tagsüber, nämlich dann, wenn es gebraucht wird. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vor Beginn sogar des Dialogs. Und jetzt wünsche ich viel Erfolg und Spaß auf der Stadt. Danke, vielen Dank.